www.frischprodukt.de Damit Simon bei Coop kaufen können, was heute geerntet wird. Die süssen Lavalette-Trauben aus Spanien zum Beispiel gibt es jetzt bei Coop zum Aktionspreis, das Kilo für nur 2 Franken. Stilkasserolen mit Aluinog Sandwichboden gibt es jetzt bei Coop in vier verschiedenen Grössen schon ab 9 Franken. Alle Joghurtsorten an 180 Gramm sind jetzt zu 10 Rappen günstiger. Und diverse Vollwäschmittel, 3 bis 4 Franken günstiger. 5,5 Kilo Omo zum Beispiel gibt es für nur 16,50. Geschälte Tomaten San Marzano offeriert in der Coop für nur 70 Rappen. Und das ist das Coop-Jubiläumsangebot. 1,5 Kilo tiefgekühlte Pullenschenkel, 3 Franken günstiger für nur 5,90. 2,5 Kilo Omo zum Beispiel gibt es jetzt bei Coop-Jubiläumsangebot. 2,5 Kilo Omo zum Beispiel gibt es jetzt bei Coop-Jubiläumsangebot. 3,5 Kilo Omo zum Beispiel gibt es jetzt bei Coop-Jubiläumsangebot. 3,5 Kilo Omo zum Beispiel gibt es jetzt bei Coop-Jubiläumsangebot. 4,5 Kilo Omo zum Beispiel gibt es jetzt bei Coop-Jubiläumsangebot.